Herzlich Willkommen im Kinderhaus. Mein Name ist Bettina Graf und ich leite die Einrichtung. Ich bin Brigitte Diffner und die stellvertretende Leitung. Wir dürfen Ihnen in diesem Jahr das Kinderhaus noch einmal digital präsentieren und freuen uns darauf. Ganz viel Spaß dabei! Ich bin Brigitte Diffner. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.